Schau! Was machen wir erstmal hier? Mach ich da jetzt gleich oder? Ne, ich setz noch ne Reihe ran. Halt, den 53er Stack. So. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Zwei hoch. Drei hoch. Machen wir drei hoch. Genau. Genau. Oder, 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 oder. Oder, 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 oder. Wenn ich dann Holzplanken nehme. Ähm, 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 b-b-b-b-bäh? Ja, wa? Ja, genau. Fürs Dach nehme ich Holzplanken. Habe ich noch mehr Holz dabei? Ne, muss ich noch Holz holen. Poms, 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 Poms. Nächstes Deck. So, die Wand zu. Dann brauche ich noch Holz. Du kommst hier weg. Du bist da falsch. Du kommst hier ran. Genau. Okay. Time to go in Holz to holen. Die ganzen Fichten müssten auch langsam nachgewachsen sein. Und ups und ups. Ich frage mich ja noch, wie weit das Minecraft Let's Play denn am Ende wirklich gut ankommen wird. Ich meine, ich habe ja einen ganz speziellen Zuschauer. Der immer fleißig zuschaut. Weil er so toll ist und das weiß er doch. Vor allem, weil er auch Pizza bestellt. Nicht wahr? Ich meine dich. Genau dich. Und dich und dich und dich. Ihr bestellt alle doch so gerne Pizza. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. Eigentlich habe ich ja gar keine Singstimme. Das ist bei mir einfach absolut untrainiert. Wobei in der Schule meinte meine Musiklehrerin damals, ich hätte eine Bassstimme. Was, 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 was? So richtig glaube ich ja nicht dran, aber wenn sie das sagt. Ist ja nur eine Leerein. So. Machen wir noch den hier. Und dann brauche ich zwei Türen. Bei mir einfällt, es gibt ja noch diese Eisentüren. Eins, zwei, drei. Passt das? Nein, das passt nicht. Ich muss den Laden noch um eins verlängern. Ach, das passt schon. Da möchte ich nur vorne welche dran haben und an den Seiten. Aber hinten nicht dran. Hallo Pferd. Hallo Pferd. Instant Recycling. Instant Recycling. Und irgendwann eines Tages werde ich alles nochmal rausruppen, um es optisch zu verändern. eines Tages. Eines Tages. Eines Tages. Eines Tages. Weil das Ganze hier nun wirklich erstmal pauschal ist. Nee, das wollte ich nicht. Komm her. Komm her, Kobbelz. zu fackeln. So fackeln. So fackeln. So fackeln. Wird ich gerne mal in der gleichen Ecke... Mach mal da, wa? Das heißt, die nächste muss da dran. Ach, ist das dunkel. Sind wir da? Ach, ist das dunkel. Out of stones. Out of stones. Out of stones. Out of stones. Dann hatte ich gesagt, hier am zweiten, hä? Genau. Eins, zwei, eins frei. Eins, zwei und eins. Genau. Ach, das kann jetzt eine Weile dauern. Wir klopfen Steine. Klopfen, klopfen, klopfen. Mal hoch rennen und schuften. Mal hoch rennen und schuften. Ich schaff das auch alle paar Minuten. Jetzt die Wände. Und der da kommt weg. Ich bin mir nur unsicher. Was könnte man bei solchen Momenten eigentlich erzählen? Ich bin ja auch immer noch im Überlegen wegen dem Anfang Oktober die Sache. Wer meine Streams kennt, der weiß ja, was ich meine. Outlast habe ich ja schon im festen Programm. Aber es soll ja nicht nur ein paar Stunden gehen. podeinen und schufen. mhm, 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 mhm. Ja, ja, so hat das was. Ich soll nur noch Treppen reinziehen. Die kommt da ran. Gucken, wie das Ganze jetzt mit Treppen dann aussieht. Ja. Ach, Mann. Ich muss besser aufpassen. So ist es perfekt. Wobei, ich könnte noch. Mhm, jetzt ist da diese Ecke. Ach, jetzt passt das nicht ganz. Jetzt ist das so, als ob du dich da beim Runtergehen die ganze Zeit mit der Stirn anstößt. Baff, 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 baff. Da auch noch Treppen reinziehen? Oh, da lassen wir das erstmal so. Ja, ich wollte es haben gelassen, das erstmal so. Oh, da ich lasse die Treppen weg. Irgendwie hat das halt schon so was Klassisches, ohne die Treppen. Da brauchen wir aber echt eine ganze Weile. Was ich nur machen müsste, ist den Nebeneingang. Wo war der? Boah, das ist der hier? Ach, genau. Das ist spontan hochgebuddelt. Oh, hier geht's weiter. Diesen Nebeneingang brauche ich ja hier nicht mehr. Die Fackeln nehme ich alle wieder mit. Machen wir hier und da ein Steinchen dran. Dann kann hier drin auch nichts bauen. Auf zu kleinem Raum kann nämlich nichts bauen. Und da die Erde sowieso durchlöchert ist. Weil überall die Ex-Menschen wohnen. Die Fackel weg. Michse gohns die Steine aus. Ja, ist es denn? Au. Komm, hier haben wir. Dort rein. Ist es denn? Ist es denn? Ah. Um die Kamera kümmern wir uns. Je später. Ist der Raum? Okay. Und es regnet schon wieder. Hei, 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 hei. Ich glaube, ich muss mich an irgendeiner Stelle dann halt doch einfach mal tief in den Steigen rammen. Nur um Stein zu farmen. He. Also Cobblestones. Ja, schon habe ich keine mehr. Toll. Sheeter. Muss ich echt Cobblestone farmen gehen. Holy. Hier sieht gut aus. Hier sieht gut aus. Ich lasse ich halt irgendwann auf Diamanten. Oder Gold. Oder ist das Gold? Oder ist das Eisen? Ne, das ist Eisen. Aber ist egal. Eisen ist schön. Nächster Hacke. 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 Ich weiß nicht. Und hier vorspielt und diese Jeopardy Musik einspielt. Oder? Ach nee, die Jeopardy Musik war doch das mit dem Rätsel, ne? Weil diese Speed Musik. Ihr wisst, was ich meine. Welcher Höhe bin ich denn? 25. Die Diamanten sind, glaube ich, auf 10 oder so, ne? Habe ich einfach mal hier einen ran? Die beste Höhe für Diamanten. Ist hier jedenfalls nicht. Oder ich erweitere einfach mal die Höhle so ein bisschen. Dabei kann ich auch Cobblen farben. Hallo, Creepermann. Komm, Creepermann. Komm her. Im Wasser hast du keine Macht. Und danke für die XP. Und für das Schießpulver. Zurück. Kohle, 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 Kohle. Eee. Eee. Wo ist der Lausbüb? Ich höre ihn doch. Er ist weg? Hm. Dann ist er weg. Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Fackeln. Vorhin in den dunklen Stellen des Tals. Oh. Oh. Ich denke, ich kann auf die Tür verzichten. Hey. Ich habe es gehört, dass du näher kommst. Das war nicht mein Plan. Aber es passt schon. Hätte er ja dabei nicht die Tür kaputt machen können. Oh. Was haben wir denn da? Ehe. Angstgefühle intensivieren sich. Aber die Lust zu erforschen. Auch. Oh. Oww. Oww. Ich finde es erstaunlich, dass ich mir selbst immer noch lebe. Ich hätte nicht gerechnet, dass ich damit so hochkomme. Ob es für die Level eigentlich... Eine Max-Grenze gibt. Hey! Ah, da ist er! Oh, hauer! Oh! Oh, lapislazuli! Lapislazuli! Habe ich Platz? Nein! Ich kann... Worauf kann ich verzichten? Auf 10 Erde kann ich verzichten. Ich habe blaue Farbe! Und ein Lavasee. Höhe 11. Das wäre doch jetzt eigentlich die ideale Höhe für Diamanten, glaube ich. Muss ich mal eine Recherche-Maschine anschmeißen. Uh, Redstone! Für... Was lasse ich hier? Halt! Ich sehe was da! Das lasse ich hier für Rottenflash. Das kann ich verzichten. Ich freue mich. 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 Ach ja, und jetzt ein wunderschönes Bad im Lavasee. Warm! Nein. Das hat schon was ziemlich episches. Also die Optik, das gefällt mir. Aber es sei auch. Ich hoffe, ich werde auch nicht die gött données. Vielen Dank.